Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Windows-Anwendungen und wir malen sogar schon auf unseren Fenstern. Man sagt, okay, zeichnen können wir mit einem Pen, malen müssen wir mit einem Brush. Pen haben wir uns das letzte Mal angeschaut, Brush wollen wir uns jetzt geben. Also wir schauen uns das Brush-Objekt an, Pensel. Also, Brush, ich kann es sehr kurz machen. Das Brush-Objekt, die Brush-Klasse, ist eine abstrakte Klasse und kann nicht instanziert werden. Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt habe, was eine abstrakte Klasse ist. Eine abstrakte Klasse ist eine Klasse, von der es keine Instanz geben kann. Die ist so definiert als Objektklasse mit ihren Methoden und Eigenschaften, aber ich darf es nicht anlegen. Was hat das für einen Sinn? Der Sinn ist, es gibt abgeleitete Klassen. Und diese abgeleiteten Klassen von Brush, die werden wir uns jetzt anschauen. Also es gibt auf alle Fälle, ich schreibe es einfach einmal auf, die Brush-Klasse selbst ist nicht instanzierbar. Das heißt, abstrakte Klasse. Instanzieren können wir abgeleitete Klassen. Und welche abgeleiteten Klassen gibt es? Es gibt zum Beispiel den sogenannten Solid Brush. Das ist das, wie man sich das vorstellt. Das ist ein Pinsel mit einer Farbe. Wenn ich den anziehe, muss ich mir eine Farbe aussuchen. Das, was es da gibt, ist eine Colorstruktur. Brauchen wir? Dann können wir den Brush erzeugen. Solid Brush. Mein Pinsel ist gleich New Solid Brush. Klammer auf. Schreiben wir es auf. Und da ein kleineres. Dann sehen wir, sagen wir sie, eine Farbe aus. Okay, nehmen wir Color. Da haben wir die Color drin. Solid Brush. Was gibt es da noch? Da gibt es den sogenannten, den sogenannten, äh, Texture Brush. Dieser Pinsel, der meutet nicht mit einer Farbe, sondern der meutet mit einem Pill. Und das schaut dann aus wie so ein Geschenkspapier. Ja, so wie immer wieder das Bild, die wiederholt sich immer wieder und so weiter. Ja, also das ist der, 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 der meutet praktisch nicht mit einer Farbe, sondern genau, kann ich mein Bild aussuchen und das wird dann immer wieder wiederholt. Ja, ich schreibe dazu Geschenkspapier. Wenn man jetzt mit einer Texture Brush praktisch ein Geschenk anhandeln würde, dann würde er dieses Bild da rundherum. Ich brauche also, da bau ich Staat vor. Statt der Farbe brauche ich ein Image, statt Color, so logisch, also brauche ich ein Image und, ich meine, angeklickt wird wieder genauso, Texture Brush, mein Pinkel, ist gleich, New Texture Brush, und da schreibe ich ein Image rein, ok, es hat aber nicht nur ein Image, sondern es hat auch einen sogenannten Rap Mode, Rap Mode, klingt gut, ja, also, und eine Eigenschaft ist, wo kommt das her, das kommt aus System, Punkt Drawing, Punkt Drawing 2D, ok, und da geht es in Rap Mode, da ist er, Red Mode, und der kann entweder sein, Teil, dann wird das wiederholen, wie so Fliesen, deswegen heißt es Teil, Teil heißt auf Englisch Fliese, so wiederholen, pack, 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 das Bild, links, also immer wieder nebeneinander, ja, gefließt, schreibe ich, gefließt, dann gibt es Clamp, einmal, einmal das Bild, links oben, ist das Bild, sonst nirgends, ja, das ist Clamp, wird nichts wiederholt, ja, dann gab es noch, oder gibt es, Teil Flip, ja, und da gibt es dann entweder X oder Teil Flip, Y oder Teil Flip, X, Y, je nachdem, welche Sache ich mir aussuche, A, ist das entweder in der X-Achse verdreht, dieses Bild, in der Y-Achse, gespiegelt immer, ja, oder X und Y und dort, dann schaut es auch aus wie Spiegelschrift, ja, dann schaut es aus wie Spiegelschrift da, bitte. Das ist der Rap-Mode, das gibt es aber nur mit dem Texture-Brush, weil wenn man ein Solid-Brush umdreht, das bringt ja nichts, ne, das Rote ist von hinten genauso rot, Solid-Brush, ne, Was haben wir noch, was haben wir noch, wir haben noch, den sogenannten Linear-Gradient-Brush, Der macht einen Farbverlauf, Das ist ein Bingo, Der einen Farbverlauf, Einen Farbverlauf Zeichnen Zum Beispiel Von Rot Nach Grün Also ich habe da praktisch, Wenn ich das richtig da anfühle, Habe hier Farbe 1 Und hier Farbe 2 Und dazwischen ist verlaufen, Farbe 1 und Farbe 2 kann man aussuchen, Ich kann das auch so ausschauen lassen wie, wie so Window-Blinds, ja, so Jalousie-artig, das immer so zack, 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 immer wieder verlaufen, ein nach dem anderen, ja. Wie geht das, was brauche ich da dazu, ja, wir legen an, einen Linear-Gradient-Brush, Den näh' ich wieder mein Pinsel, Das gleich, New Linear-Gradient-Brush, Geht schon gleich mal auf, was brauchen wir, wir brauchen zwei Punkte, nämlich den Punkt und den Punkt, wie weit die auseinander sind, kann ich auch schräg machen oder so, ja, also wir brauchen einen P1, Und wir brauchen einen P2, Das sind Punkte, Die den Farbverlauf Bestimmen Und dann brauchen wir Farbe 1 Und Farbe 2 Und dann können wir zumachen, bin fertig, ja, also ich habe einen Punkt 1, einen Punkt 2, also da zum Beispiel, da, So, P1 Und da ist der P2 Und dazwischen Haben wir diesen Farbverlauf Wenn ich den P2 so ein Stückchen nach runter gebe, dann ist der Farbverlauf aber zu schräg Wenn ich den näher zusammen gebe, dann wäre der Farbverlauf praktisch öfter So funktioniert das, ja So, jetzt ist ja alles klar, jetzt habe ich ja alles erklärt Wir kommen zum nächsten Thema, nein, das können wir nicht, ich weiß, mir ist bewusst, mir ist bewusst, wenn man das so hört und so liest, ja, dann denkt sich vielleicht der eine oder die andere, ja, passt schon, ja, oder, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ja, nein, das ist legitim, wir schauen uns nächstes Mal ein Beispiel an, wir werden da auf unserem, auf... unserer Anwendung, weil wir einfach ein ausgefülltes Rechteck und da werden wir ein paar von diesen Sachen hier ausprobieren, wo man den Pinseln so machen kann. Ausprobieren wir mal alle drei, alle drei Brush Typen. Schauen wir uns das nächste Mal in der Anwendung an. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.